Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Neander Fitness Online Special Teil 2 von unserem Sofa Workout. Ja ich glaube ihr habt lange genug vor der Glotze gesessen, jetzt wird Zeit für ein kurzes Workout vom Sofa aus und zwar heute mit diesem Übung, nämlich 20 Marken Climbers, 20 Dips, 20 Half-Squats, 20 Sit-Ups und 20 Split-Lunches. Ihr braucht nichts außer euer Sofa und in diesem Workout müsst ihr ein weniger aktiver werden und zwar steht ihr auf. Wir machen jetzt insgesamt zwei Runden, also 20 Wiederholungen. Warm machen müsst ihr euch so ein bisschen, wenn gar nicht, euch wird jetzt gleich schon warm und zwar starten wir mit den Mountain Climbers. Ihr setzt die Hände aufs Sofa, setzt die Füße zurück, spannt den Bauch an, guckt dass ihr schöne gerade Körpermitte habt und zieht im Wechsel das rechte und das linke Knie nach vorne zum Sofa ran. Linkes, rechtes Knie ist immer eine Wiederholung, 20 Stück, auf die Plätze, fertig und los. Okay, so gut. So, als nächstes kommen die Dips, das heißt ihr setzt euch hin, schön vorne an die Kante, eures Sofas. Setzt die Hände links und rechts nah an die Hüfte ran, sodass die Finger nach vorne schauen. Die Anfänger lassen die Beine so angewinkelt. Die Profis unter euch oder die, die es ein bisschen schwerer haben wollen, die machen die Beine lang. Dann rutscht ihr vom Sofa runter, dass ihr mit dem Po immer noch schön nah am Sofa seid. Ellbogen schön nach innen zusammenziehen und dann geht ihr tief, sodass ihr fast schon auf dem Boden sitzt und kommt wieder hoch, streckt die Arme durch. 20 Stück und los. Okay, schüttelt die Arme aus. Jetzt machen wir so ein bisschen die Oberschenkel mit dem Po, nämlich die Half-Squats. Die Beine stellt ihr hüftbreit auf. Nehmt die Arme nach vorne, Fußspitze schauen nach vorne und stellt euch vor, ihr setzt euch nach hinten mit dem Po aufs Sofa und überlegt euch dann doch nochmal anders. Also so 90 Grad, Gewicht liegt hinten auf den Fersen, Po nach hinten schieben und dann kommt ihr noch rum, schiebt das Becken nach vorne und drückt da nochmal die Po-Muskeln ordentlich zusammen. 20 Stück, auf die Plätze, fertig und los. 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 20 Stück, auf die Plätze. 20 Stück, auf die Plätze und los. Ok, schüttelt die Beine aus, jetzt geht es an den Bauch, wir legen uns auf den Bogen, legen die Füße aufs Sofa. Ok, jetzt könnt ihr aussuchen, wohin ihr die Arme nehmt, am Kopf, an die Brust, an die Schläfen, hinter euch, wo auch immer, das ist mir völlig egal, da seid ihr ganz frei. Wichtig ist, dass ihr beim Ausatmen oder mit dem Ausatmen hochkommt, klatscht einmal das Sofa ab und rollt, kontrolliert wieder zurück auf den Rücken und legt den Kopf ab. 20 mal hochkommen, auf die Plätze, fertig und los. 1 2 3 4 5 5 5 6 7 und 20 stück selbst kommt nach oben jetzt kommt jetzt noch mal an die beine nämlich die split lounge setzt ein fuß nach hinten auf sofa dreh dich ruhig bailey setzt ein fuß nach hinten auf sofa den anderen fuß nach vorne macht einen großen schritt dass auch wieder die fußspitze nach vorne schaut und dann zieht das hinter knie runter richtung boden und kommt wieder hoch streckt die beine alles klar 20 stück der ist schon fertig mit training der eben schon trainiert auf die plätze fertig und los okay tauscht das bein andere seite großen schritt fußspitze nach vorne schritt fußspitze nach vorne sehr gut schüttelt alles noch mal aus lockert durch die erste und habt ihr geschafft jetzt kommt runde 2 halt jetzt euer film anfängt drückt mich kurz auf pause und dann könnt ihr ohne zwei danach weitermachen es gibt also keine ausreden also wir starten die runde 2 mit dem marken kleiner linkes rechtes knie ist eine wiederholung auf die plätze fertig und los ok gut weiter geht's mit den dips setzt die hände wieder nah an die hüfte und geht schön tief runter je nachdem wie niedrig das so was kommt der gar nicht so tief ist der weg habt ihr glück das ist der weg nicht so weit alles klar ready und go Okay, kommt nach oben. In den Stand. Die halben Squats. Okay, stellt euch wieder vor, ihr setzt euch hinten aufs Sofa und im letzten Moment kommt ihr doch wieder hoch zum Stehen. 20 Stück. Gewicht nach hinten verlagern. Auf die Plätze. Fertig und los. Okay, okay. Okay. Jetzt nochmal hinlegen. 20 Sit-Ups. Rutscht schön nach ran. Ihr werdet eh mit der Zeit nach hinten rutschen. Sonst müsst ihr nochmal ran. 20 Stück. Richtig hochkommen bis zur Sitzfläche. Ausatmen, nicht vergessen. 20 Stück. Auf die Plätze. Fertig und los. 5 Stück. Ratsch. Ok, und dann gehen wir zur letzten Übung. Den Split-Lunches. Sucht euch wieder ein Bein aus, womit ihr starten wollt. So, setzt das andere nach hinten. Müsst ihr mal schauen, dass ihr den Fuß so hinsetzt, dass das Knie auch hinten ein bisschen Platz hat zum Runterziehen. Ok, 20 Stück. 3, 2, 1 und los. 3, 2, 1 und los. Seite wechseln, ein letztes Mal, tausch das Bein, so, nach hinten setzen, großen Schritt vor, Balance suchen und los. Untertitelung des ZDF, 2020 Sehr gut, schüttelt alles aus, wenn ihr Bock habt, macht ihr einfach gleich noch zwei, drei Röntgen, ansonsten knallt euch auf die Couch, schüttelt die Beine aus, streckt die Bauchmuskeln und genießt jetzt wieder eure Pause. Also, dieses Workout könnt ihr wirklich zwischendurch immer mal wieder machen, total einfach, wie ihr seht. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, ganz wichtig, damit ihr auch keinen Workout mehr verpasst. Und dann sehen wir uns zum nächsten Workout wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Bye, bye.